So, und da sind wir wieder. Mein Name ist Flavu. Wir spielen weiter Ori and the Blind Forest. Ich wünsche euch viel Spaß. Und wir waren im Ginso Baum. So, ich teste nur mal kurz, ob die Aufnahme auch wirklich da ist. So, die Aufnahme läuft. Alles gut. Ja, dann gucke ich noch. So, jetzt kann es losgehen. So, welche Richtung müssen wir? Okay, da geht es da. Gucken wir mal kurz auf die Karte. Oh, man kann in beide Richtungen gehen. Sollen wir erst nach links oder nach rechts? Schwierig. Wir gehen erstmal in die Richtung. So, macht man das. Ach, der ist schon wieder da. Ah, ich glaube ich. Den werden wir zum Springen brauchen, denke ich mal. Genau. Ah. Okay, die Spinne muss ja wieder... Ja. Danke. Na komm. Na komm. Ach, du Depp. Ah, Minu! So. Hey! Okay, das wird mal wieder nicht so einfach. Doch, das wird ganz einfach. Das wird ganz einfach. Na? Halt! Das... Nein! Nein! Das wollte ich gar nicht. So, jetzt. Da will ich eins auf die Fresse. So, wo muss ich da jetzt hin? Ah, ich muss zu dem Kasper da. Heu, heu, heu! Das wird doch richtig Stress heute. So. Siehste? So, ich glaube, da muss ich jetzt auch rüber. Und zwar... Wie mache ich das im Bösch da? Ah, ich muss... Ne, ne, ne. Ich muss das hier... Ich muss das hier... Ja. Nee. Na komm. Schieß schon. Puh, hier bin ich. Toll, da wohl ich gar nicht bin. Muss ich da überhaupt durch? Ah, ich kann mich denn seitdem umlenken. Hey! Ja. Gut. Ich gehe jetzt mal wieder auf die andere Seite. So, leck mich doch am Arsch. Na komm. So. Siehste. Halt. Gehen wir mal in die Richtung weiter. Okay. Okay. Okay, okay. Ähm. Ah, ich muss da durch, weil da oben ist anscheinend auch irgendwas. Ah, knifflig. Ah, knifflig. Ah. Ah. Hm. Ah. Ah. Ach so'n Scheiß. Scheiß. Ich bin mir mal in die Richtung. Ah. 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 Aaaaaaah! Aaaaaah! z etwas zu looten Ah ja Hm. Okay, das geht anscheinend nicht. Hm. Ah, ich hätte auch von da aus. Nee, das geht doch nicht. Äh... Warum habe ich bloß noch so viele Lebenspunkte? Hm. Okay, da wird's richtig prüflich, glaube ich. Hm. 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 Nee, da... Ich muss da hoch. Ich muss anscheinend... ...da hoch. Warum habe ich kaum noch Lebenspunkte, Mann. Hm. 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 Wie soll ich da hochkommen? Wie soll ich da hochkommen? Untertitelung des ZDF, 2020 Knapp verfehlt. 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 Ich geh mal, ich geh zu meinem Speicherpunkt. Das schaff ich nämlich nicht nochmal. Oh mein Gott. Warum ist denn da oben, wo dieses Teil ist, mein Speicherpunkt? Warum? Warum, warum, warum? Ich schaff das nicht nochmal. Oh. Jetzt können wir das Element des Wassers wiederherstellen. Wenn wir diese Aufgabe erledigt haben, liegen noch zwei weitere vor uns. Oh mein Gott. Oh, okay. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Sogar das wird zur Herausforderung gemacht. Sogar das? Na? Aber die Optik des Wassers ist wunderschön, oder? Also da kann man nicht mekern. Ach, ich muss in der Mitte hoch. Ich muss in der Mitte hoch. Das muss einem doch gesagt werden. Ich muss in der Mitte hoch. Ah! Ah! Ich werde ein Drink! Ich Die Schwimmfähigkeit Wäre vielleicht Nicht schlecht gewesen jetzt Oh AHHHHH Oh, ein Speicherpunkt! Hey! Geh! Geh doch! Geh doch da drauf! Ach wie doof bist'n du! Geh doch noch! Das geht zu schnell! Das geht zu schnell! Liebe Leute, das schwerste Spiel der Welt! Ich will's nur mal betonen! Wir sind beim schwersten Spiel... Ich... Ich geh... Ich krieg's zu spät! Ich krieg's EINFACH zu spät! Bitte! Ich geh... Okay, da tut die Hände schon weh! Vielen Dank. Ach ja, komm. Bitte. Aber sogar da machst du jetzt eine Herausforderung draus. So episch sich das auch gerade jetzt anfühlt. Aber das ist ja hart die Arbeit. Und ich drück und drück und drück und drück und es geht nicht vorwärts. Und ich drück. Geringste Schwierigkeitsstufe, meine Damen und Herren. Ja! Ja, ja. Ich würde gerne diese Sprungtechnik da nutzen, so, aber das geht alles viel zu schnell, das Wasser kommt auch viel zu schnell und... Oh, Mann, oh Mann. Ja. Also wenn ich es da könnte, das ich doch einem gönne, dass man es da noch anschraubt, oder? Aber nö! Wir sind bei Ori! Haha! Juhu! Juhu! Das Wasser! Ich hab mir mal gedacht, Katzen sind Wasserschön. Ori ist doch ne Katze, oder? Na, das geht auch nicht. Ach, wie schön. Ähm, wo war ich vorhin stehen? Ah ja, dass Fantasy-Fans lieben es, immer das Gleiche zu machen. Ja, also das ist wirklich was ganz Tolles, wenn man, ähm, an einer bestimmten Stelle als es so ums Verrecken nicht weiterkommt, ne? Das ist richtig schön. So, jetzt könnt ihr mal... Ne, das geht gar nicht. Ich muss also, ich muss also da hinspringen. Ja, 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 ja. Ich prall da immer wieder ab. Und das sage intégrer, Vielen Dank.